Was ist das Besondere an den Management-Studiengängen des Baltic College? Unsere Hochschule orientiert auf Studiengänge, insbesondere Bachelor-Studiengänge, die sehr praxisorientiert sind. Das heißt beispielsweise haben wir an unserer Hochschule einen Beirat der Unternehmensvertreter, aus dem heraus es immer wieder Impulse gibt, was die Bezüge, die Inhalte des Studiums anbelangt. Wir sind als dual ausbildende Hochschule verpflichtet, wir haben uns selbst die Pflicht auferlegt, sehr dicht an der Praxis, an der Wirtschaft unsere Studiengänge zu positionieren. Und daran sehen wir mit Sicherheit eine Besonderheit der Ausrichtung unserer Studiengänge. Das dokumentiert sich ja unter anderem auch dadurch, dass wir die Möglichkeit bieten und die meisten Studierenden nutzen das auch, IHK-Abschlüsse parallel zum Bachelorstudium zu erwerben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.